Zürich See Schifffahrtsgesellschaft Was machen die Seebären im Winter, werden wir oft gefragt. Auch im Winter sind einige Schiffe für sie unterwegs. Und dann gibt es auf dem Werftgelände mehr als genug zu tun. Fast alle Vollzeitangestellten haben eben zwei verschiedene Berufe, einen nautischen und einen handwerklichen. Auf unsere Flotte, die 17 grossen und kleinen Schiffe, sind wir stolz. Besonders hervorheben möchten wir das Flaggschiff, die Helvetia, das 300 Innen- und Bankettplätze und rund 500 Aussensitzplätze bietet. Das neueste Mitglied der ZSG-Flotte, die Pantarei, besticht und begeistert durch das moderne Innenleben, die riesigen Fensterflächen, durch sein Lichtkonzept und die dank einem Lift über alle Decks behindertengerechte Zugänglichkeit. Vergessen wir nicht die drei 51-plätzigen Limmatboote, Felix, Regula und Touricum, die mit gemütlichen Fahrten vom Landesmuseum zum See begeistern. Renner sind und bleiben bei Jung und Alt die beiden nostalgischen Raddampfer, die Stadt Zürich und die Stadt Rapperswil. Sie sind für viele noch immer der Inbegriff der Schifffahrt. Der Zürichsee ist mit seinen 88 Quadratkilometern eines der begehrtesten Naherholungsgebiete der Region. Unsere Kunde